Ein guter Service für den Kunden ist der Salzburger AG besonders wichtig und aus diesem Grund gibt es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Einerseits geht das kostenlos über unsere Service-Line, per E-Mail, am Kundenschalter und auch digital über WhatsApp. Wir beraten und unterstützen unsere Kunden zu allen Produkten und Dienstleistungen der Salzburger AG. Das beginnt bei unseren Strom- und Erdgasprodukten, genauso wie Fernwärme, WDS, Wasser, Verkehr mit O-Bus und Lokalbahn, aber auch zu unseren Telekommunikationsprodukten Kabel-TV, Internet und Telefonie. Die Anrufgründe sind sehr vielfältig, das betrifft zum Beispiel die Anmeldung zusätzlicher Produkte etwa beim Einzug in eine neue Wohnung oder ins Haus. Am besten man meldet sich telefonisch bei unserer kostenlosen Service-Line, die erfassen dann zum Beispiel einen Einzug und man kann sofort alle Details abklären. Wie zum Beispiel auch einen digitalen Rechnungsversand. Ein anderer Themenkomplex ist die Rechnungslegung und Kontenklärung. Gemeinsam versucht das Kundenservice die offenen Fragen zu klären. Auf Kundenwunsch können Rechnungen oder Zahlstellen nochmals nachgesendet werden. Generell empfehlen wir aber auf SEPA Lastschriftverfahren bzw. Abbuchungsauftrag umzusteigen. Dort hat der Kunde dann nichts mehr zu tun und die Forderungen werden automatisch im Nachhinein abgebucht. Zusätzlich erhält der Kunde dann auch noch Freitage. Das Kundenservice der Salzburger AG hilft auch bei aktuellen Aktionen und Angeboten weiter. Wie zum Beispiel bei unserer Bindungsaktion oder unserer Produktkombi ZAM. Am besten geht das über unser Kundenportal. Dort kann man sich für die Bindung sowie für ZAM registrieren. Für beides gibt es Freistromtage. Zusätzlich zu ZAM können Sie noch die Salzburger AG Vorteilswelt nutzen. Beides können Sie aber natürlich auch über unser Online-Kundenportal beantragen. Bei vielen Anrufen geht es um die Telekommunikation. Wir beraten dabei gerne unsere Kunden über unsere Internetprodukte. Das beginnt bei unserem Einsteigerprodukt Cable & Clyde bis hin zu unseren Extrem- und Businessprodukten. Seit letztem Jahr können wir sogar ein Zusatzprodukt für Kabel-TV bieten. Das ist HD Extra. HD Extra bietet 14 zusätzliche Kabel-TV-Sender wie zum Beispiel ProSieben, RTL, SAT.1 oder auch Pulsphere. Die Infos dazu finden Sie aber auch auf www.salzburg-ag.at. Und weil wir gerade im Internet sind, auch hier können Sie mit uns in Kontakt treten. Hier online über das Online-Service. Mit unseren Services sind wir somit rund um die Uhr für den Kunden jederzeit erreichbar. Sowohl online als auch persönlich und natürlich gerne am Telefon.